Kala und Sven wollen den Urlaub. Nach Venedig soll es diesmal gehen. Als ADAC Young Generation Mitgliedern stehen ihnen eine Vielzahl digitaler Helfer bei der kommenden Reise zur Seite. Und das beginnt schon bei der Planung. Die beste und schnellste Strecke zum Urlaubsort? Mit dem ADAC Routenplaner kein Problem. ADAC Maps bietet darüber hinaus europaweite Infos und Tipps in 40 verschiedenen Kategorien. Wie zum Beispiel Wetter, Mautgebühren oder Verkehrsinfos. Angezeigt werden auch aktuelle Staumeldungen, Tankstellen oder Restaurants. Unentbehrliche Infos, die dir bei der Reise zum Urlaubsort weiterhelfen. Am Ziel angekommen, liefert dir die ADAC Tour Set App neben deiner aktuellen Position alle wichtigen Adressen, Sehenswürdigkeiten und Eintrittspreise für Venedig und 133 weitere Urlaubsorte, Regionen oder Länder. Sämtliche Infos und Karten sind auch offline nutzbar, das heißt keine teuren Roaminggebühren. Carla und Sven haben die Services genutzt und ein schönes Restaurant in Venedig gefunden. Übrigens, alle gezeigten Apps sind für ADAC Mitglieder selbstverständlich kostenlos. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.